Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit, ohne ungesüßter Mandelmilch? Anke, hast du einen Humushaufen geraucht? Heute ist Tag der Veganer. Darf man sich auf so ein Datum eigentlich tierisch freuen? Mach nur so weiter, dann beißt du heute auch noch ins Gras. Ne, ne, ne. Einmal die Vier und das Avocado-Kotelett an Apfelschmalz mit Hirsegeschnetzeltem und Gänseblümchenpüree. Noch so ein radikaler Salatist. Haben Sie was gegen Veganer? Ja, ne Wasserpistole gefüllt mit Wurstwasser. Momentchen mal bitte. Ne, ne, Anke, bedien den Herrn ruhig. Veganer wollen keine Extrawurst. So gut. Also die weltweite landwirtschaftliche Nutztierhaltung ist für 51% der globalen Treibhausgase verantwortlich. Krass. Anke, mir langt's, dass ich Tankstellenveganer bin. Tankstellenveganer? Du willst dann meinen Moos, präsentierst mir ne Rechnung und dann hab ich den Salat. Mach 392 Euro, sammeln Sie Pastinakenpunkte, haben Sie eine Knorr-Salat-Krönungskarte oder sind Sie im Bruce Lee-Club? Bruce Lee-Club? Ist das nicht der Bruder von Brokkoli? Tankestanke. Täglich in Guten Morgen, Hessen. Bei Hitradio FFH.